Hallo, ich bin Li und heute lesen wir mit freundlicher Genehmigung von Märchenbazar ein Märchen von Christoph Martin Wieland. Möchtest du auch die Hörbücher auf meinem neuen Kanal nicht verpassen? Dann klick einfach auf die Beschreibung unter dem Video und hol dir auch dort ein Gratis-Abo. Der goldene Zweig In einem Lande, das an das Reich der Feen grenzet, war einmal ein König, dessen finstre und übellaunige Sinnesart alle Herzen von ihm abwendig machte. Er war gewalttätig, argwöhnisch und grausam, gab alle Tage neue Gesetze, damit er nur immer viel zu strafen hätte, ärgerte sich, wenn er die Leute fröhlich sah, und tat sein Möglichstes, alle Freuden aus seinem Reiche zu verbannen. Weil er immer die Stirne runzelte, so nannte man ihn den König Runzelwig. Dieser König hatte einen Sohn, der von allem diesem gerade das Gegenteil war. Er war offen, leutselig, großmütig und tapfer, hatte einen durchdringenden Verstand und fand großes Belieben an Künsten und Wissenschaften. Kurz, er wäre der liebenswürdigste Prinz von der Welt gewesen, wenn die Ungestalltheit seines Körpers nicht alles wieder verdorben hätte. Von dieser Seite hätte ihm die Natur unmöglich Ärger mitspielen können. Er hatte krumme Beine, ein Höcker wie ein Kamel, schiefe Augen, ein Mund, der von einem Ohr zum anderen reichte, und eine Nase, die einem Schweinsrüssel ähnlich sah. Mit einem Worte, er war ein zweiter Äsop, und man konnte ihn nicht ansehen, ohne sich zu ärgern, dass eine so schöne Seele in einem so hässlichen Gehäuse stecken sollte. Der arme Prinz durfte sich's mit einer solchen Figur nicht verdrießen lassen, dass man ihn Krummbuckel nannte, wie wohl sein wahrer Name Alasin war. Aber trotz seinem Spottnamen und seiner Gestalt hatte er die Gabe, sich beliebt zu machen. Und sein Verstand und seine angenehme Gemütsart erwarben ihm gar bald die Herzen wieder, die sein erster Anblick zurückschreckte. Der König Runzelwig, dem seine Vergrößerungsprojekte näher am Herzen lagen als das Glück seines Sohnes, warf seine Augen auf ein benachbartes Königreich, das er schon lange gern mit guter Art seinen Staaten einverleibt hätte. Denn er war ein großer Liebhaber von dem, was man in der politischen Kunstsprache arrondieren nennt. Ein Heiratsakt zwischen seinem Sohne und der Erbin dieses Landes schien ihm hierzu das geschicklichste Mittel zu sein. Und er war, ohne den Ersten zu fragen, schon so weit damit gekommen, dass nichts mehr daran fehlte als die Hochzeit. Die Partie schien ihm umso schicklicher, weil man schwerlich in allen fünf Weltteilen eine Prinzessin hätte finden können, welche es weniger geziemt hätte, sich über die Missgestalt des Prinzenkrummbuckels aufzuhalten, als diese. Denn, um ihr Bild mit einem Zuge zu machen, sie waren Seele und Leib das wahre Seitenstück des Prinzen. Sie war so zusammengewachsen, dass man ohne etwas, das seinem Kopf, wie wohl eher von einem Affen als von einem Menschen ähnlich sah, oder gar nicht gewusst hätte, was man aus ihrer Figur machen sollte. Dafür aber hatte sie Verstand wie ein Engel. Und wenn es erlaubt gewesen wäre, sich die Augen verbinden zu lassen, wenn man Audienz bei ihr hatte oder in ihrer Gesellschaft war, so würde man ganz bezaubert von ihr weggegangen sein. Sobald der König Runzelwick das Bildnis der Prinzessin Mammoth, denn so nannte man sie, wie wohl ihr wahrer Name Claremonde war, für seinen Sohn erhalten und es unter dem Thronhimmel in seinem Audienzsaal aufgestellt hatte, ließ er den Prinzen rufen und sagte ihm in einem gebieterischen Tone, er müsste nun seine Augen daran gewöhnen, in diesem Bildnisse die Prinzessin zu sehen, die ihm zur Gemahlin bestimmt sei. Krummbuckel warf einen Blick auf das Bildnis, welches der Maler gleichwohl, wie man sich vorstellen kann, so viel möglich zu verschönern gesucht hatte, und fand es so abscheulich, dass er sogleich die Augen davon wegwandte. »Sie gefällt dir also nicht?« sagte der König. »Nein, Herr Vater«, antwortete der Prinz, »und ich will nicht hoffen, dass Sie mir zumuten werden, einen Wechselbalk zu heiraten.« »Wahrhaftig«, rief Runzelwick, indem er Stirne und Nase zugleich rümpfte, »dir steht es auch wohl an, eine Prinzessin, die ich selbst für dich ausgesucht habe, nicht schön genug zu finden, da du doch selbst ein kleines Scheusal bist, wovor man davonlaufen möchte.« »Eben darum will ich mich mit keinem anderen Scheusale vermählen«, sagte Krummbuckel. »Ich habe genug zu tun, mich selbst zu ertragen. Wie ginge mir es erst, wenn ich noch eine solche Gesellschafterin hätte?« »Ich verstehe«, erwiderte der König in einem beleidigenden Tone. »Du besorgest, eine neue Zuchtaffen in die Welt zu setzen, aber sei darum unbekümmert, du sollst sie heiraten. Gern oder ungern gilt mir gleich, genug, dass ich es so haben will.« Der Prinz antwortete nichts, machte eine tiefe Verbeugung und begab sich weg. Runzelwick, der nie den geringsten Widerstand hatte leiden können, ward über die Widerspenstigkeit seines Sohnes so aufgebracht, dass sie ihn alsbald in einen Turm einsperren ließ, der vor Alters für rebellische Prinzen erbaut worden war. Weil sich seit ein paar hundert Jahren keine dergleichen gefunden hatten, so war alles darin in ziemlich schlechtem Stande. Zimmer und Möbel schienen von undenklichen Zeiten her zu sein. Der Prinz verlangte zu seiner Unterhaltung Bücher, und man erlaubte ihm, deren so viel er wollte, aus der Bibliothek des Turms zu nehmen. Aber da er sie lesen wollte, fand er die Sprache so alt, dass er nichts davon verstehen konnte. Er ließ sie liegen, nahm sie über eine Weile wieder vor und da er nicht nachließ, bis er endlich hier und da einen Sinn herausbrachte, so halfen sie ihm wenigstens, die Zeit in seiner Einsamkeit zu kürzen. Inzwischen hatte der König Runzelwick durch Abgesandte bei seinem Nachbar förmlich um Mammotten anhalten lassen. Das Bildnis des Prinzen Krummbuckel wurde in einer prächtigen Galerie aufgestellt und die Prinzessin herbeigeholt, um ihren künftigen Gemahl in Augenschein zu nehmen. Da sie den feinsten Geschmack und eine nicht gemeine Zärtlichkeit der Empfindung besaß, so kann man sich einbilden, wie er dabei zumute ward. Die arme Prinzessin fühlte auf den ersten Blick die ganze Grausamkeit ihres Schicksals. Sie schlug die Augen nieder und weinte bitterlich. Der König, ihr Vater, ungehalten über ein solches Betragen, das nach seiner Vorstellungsart äußerst albern und unschicklich war, nahm mein Spiegel, hielt ihn seiner Tochter vor die Nase und sagte in einem unfreundlichen Tone, »Da ist auch wohl noch viel zu weinen. Schau einmal hierher und bekenne, dass du nichts zu beklagen hast.« »Wenn's mir so note, mein Mann wäre, gnädiger Herr«, antwortete sie, »so hätte ich vielleicht Unrecht, so delikat zu sein. Aber ich wünsche und verlange ja nichts anderes, als mein Schicksal allein zu tragen, ohne den Verdruss, mich zu sehen, mit jemandem teilen zu wollen. Man lasse mich doch die unglückliche Prinzessin Mammott bleiben, so will ich wohl zufrieden sein oder mich doch wenigstens über nichts beklagen.« Die arme Prinzessin hatte keine Mutter mehr, die sich ihre hätte annehmen können. Der König, ihr Vater, dessen Fehler die Weichherzigkeit nie gewesen war, blieb bei ihren Vorstellungen um Tränen ungerührt, und sie musste mit den Gesandten des Königs Runzelwig abreisen. Während nun alles dies vorging, hatte Prinz Krummbuckel schlimme Zeit in seinem Turme. Kein Mensch durfte ein Wort mit ihm reden. Er hatte außer seinen alten Büchern nicht den geringsten Zeitvertreib. Man gab ihm schlecht zu essen, und seine Hüte hatten Befehl, ihn durch alle Arten von übler Begegnung mürbe zu machen. König Runzelwig war ein Mann, der sich gehorsam zu verschaffen wusste. Aber gleichwohl hatten die Leute den Prinzen so lieb, dass die Befehle seines hartherzigen Vaters eben nicht aufs Strengste vollzogen wurden. Eines Tages, da er in einer großen Galerie auf und abging und den Gedanken über sein trauriges Schicksal nachhing, das ihn so hässlich und missgeschaffen hatte geboren werden lassen und ihm nun mit aller Gewalt auch noch ein Scheusal von einer Gemahlin aufdringen wollte, warf er die Augen von ungefähr auf die Fensterscheiben, die er mit Gemälden von trefflicher Zeichnung und von den lebhaftesten Farben bemalt sah. Weil er ein großer Liebhaber der Kunst war, so verweilte er sich mit desto mehr Vergnügen bei dieser Glasmalerei. Aber was die darauf vorgestellten Historien zu bedeuten sollten, konnte er nicht herausbringen. Seine Verwunderung nahm nicht wenig zu, da auf einem dieser Gemälde einen Menschen erblickte, der ihm so ähnlich sah, als ob es sein Bildnis gewesen wäre. Dieser Mensch befand sich in dem obersten Geschosse des Turmes und suchte in der Mauer, wo er einen goldenen Kugelzieher fand, mit welchem er ein Kabinett aufschloss. Es war noch viel anderes, das ihm sonderbar vorkam. Aber das Allersonderbarste durchte ihm doch, dass er beinahe auf allen Scheiben sein Bildnis antraf. Unter anderem sah er auch eine wunderschöne junge Dame von so feiner und geistreicher Gesichtsbildung, dass er sich gar nicht satt sehen konnte an ihr. Sein Herz schien ihm etwas bei diesem Bilde zu sagen, das es ihm noch nie gesagt hatte. Und er verweilte sich so lange dabei, bis die Nacht einbrach und er nichts mehr unterscheiden konnte. Wie er wieder in sein Zimmer zurückkam, nahm er das erste alte Manuskript vor, das ihm in die Hände fiel. Die Blätter waren von Pergament mit zierlich bemalten Rändern und die Deckel, in die es geheftet war, von Gold mit verschlungenen Namensbuchstaben von blauem Schmelz. Aber wie groß war sein Erstaunen, da es aufschlug und die nämlichen Personen und Geschichten darin gemalt fand, die er auf den Fensterscheiben gesehen hatte. Es war auch etwas darunter geschrieben, aber er konnte mit aller Mühe, die er sich gab, nicht herausbringen, was es bedeutete. Indem er so herumblätterte, fand er ein Blatt, worauf ein Chor Musikanten gemalt war, die sich sogleich zu beleben schienen und zu musizieren anfing. Er kehrte das Blatt und fand ein anderes, wo ein Ball gegeben wurde. Die Damen waren alle sehr schön und prächtig geputzt und alles fing zu tanzen und zu springen an. Er kehrte noch ein Blatt um und ihm kam der Geruch eines herrlichen Gastmals entgegen. Eine Menge kleiner Figuren saßen um eine lange Tafel und ließen sich's schmecken. Eine davon wandte sich an ihn. »Auf deine Gesundheit, Prinz Krummbuckel«, sagte sie. »Lass dir's angelegen sein, uns unsere Königin wiederzugeben. Wenn du es tust, so wird es dein Schade nicht sein. Tust du es nicht, so wird's dir übel bekommen.« Bei diesen Worten überfiel den Prinzen wie natürlich eine solche Furcht, dass er das Buch aus der Hand fallen ließ und mit einem Schreien Ohnmacht sank. Seine Hüter liefen herbei und ließen nicht nach, bis sie ihn wieder zu sich selbst brachten. Wie er wieder reden konnte, fragten sie ihn, was ihm denn begegnet wäre. Er antwortete ihnen, man gebe ihm so schlecht und wenig zu essen, dass er ganz schwach davon würde und tausend seltsame Einbildungen ihm durch den Kopf liefen. Und so wäre es ihm vorgekommen, er sehe und höre in diesem Buch so erstaunliche Dinge, dass er vor Entsetzen die Besinnung verloren habe. Seine Hüter betrübten sich darüber und brachten ihm sogleich was Besseres zu essen, wiewohl es ihnen scharf verboten war. Als er gegessen hatte, nahm er das Buch in ihrer Gegenwart wieder vor und da er von alledem, was er vorhin gesehen zu haben glaubte, nichts mehr fand, so zweifelte er nicht mehr, dass es bloße Einbildung gewesen sein müsste. Am folgenden Tage ging er wieder in die Galerie und sah alles wieder, was er gestern auf den gemalten Fensterscheiben gesehen hatte. Auch sah er die schöne junge Person wieder, die ein Abdruck ihres Bildes in seinem Herzen zurückgelassen hatte. Überall fand er sich selbst in einer ebensolchen Kleidung wie die seinige. Und immer stieg diese Figur in das oberste Geschoss des Turmes und fand einen goldenen Kugelzieher in der Mauer. Dahinter muss ein sonderbares Geheimnis stecken, sprach er zu sich selbst. Diesmal habe ich gut gegessen, es kann keine Einbildung sein. Vielleicht finde ich im obersten Geschoss etwas, das mir Licht in der Sache gibt. Er stieg hinauf, schlug mit einem Hammer gegen die Mauer, glaubte eine Stelle, welche Hohlschalte zu bemerken, schlug ein Loch hinein und fand einen zierlich gearbeiteten, goldenen Kugelzieher. Indem er sich bedachte, wozu er ihn wohl gebrauchen könnte, ward er in seinem Winkel eines alten Schrankes von schlechtem Holze gewahr. Er sah sich überall daran, nach einem Schlosse um, aber vergebens, er konnte nirgends etwas finden, wie er aufzumachen wäre. Endlich bemerkte er ein kleines Loch. Und da ihm sogleich einfiel, dass ihm sein Kugelzieher hier dienlich sein könnte, so steckte er ihn hinein, zog hierauf mit aller Gewalt und der Schrank ging auf. Nun fand sich's, dass er von innen so schön war, als er von außen alt und schlecht geschehen hatte. Alle Schubladen waren von zierlich ausgestochenem Ambra oder Bergkristall. Und wenn man eine herauszog, fand man oben, unten und zu beiden Seiten wieder kleinere, die mit Deckeln von Perlmutter voneinander abgesondert und mit einer unendlichen Menge seltener und kostbarer Sachen angefüllt waren. Der Prinz fand darin die schönsten Waffen von der Welt, reiche Kronen, schöne Bildnisse, herrliche Juwelen und andere Dinge, die ihm großes Vergnügen machten. Er zog immer heraus, ohne müde zu werden und ohne, dass es ein Ende nehmen wollte. Endlich fand er auch einen kleinen Schlüssel, der aus einem einzigen Smaragd geschnitten war und womit er eine kleine Türe am Boden des Schrankes aufmachte. Als sie aufging, wurde er von dem Glanz eines Karfunkels ganz verblendet, der den Deckel einer aus dem nämlichen kostbaren Steine gearbeiteten, großen Schale ausmachte. Er hob ihn ab. Aber wie wurde ihm zumute, als er sie mit Blut angefüllt und eine abgehauene Manneshand darin sah, die ein reich besetztes Bildnis zwischen den Fingern hielt. Er fuhr bei diesem Anblick zusammen, seine Haare richteten sich empor, seine Knie schlugen gegeneinander und er konnte sich kaum auf seinen Füßen erhalten. Er setzte sich auf den Boden und hielt die Schale noch mit weggewandten Augen in der Hand, unschlüssig, ob er sie wieder hinlegen, wo er sie gefunden oder was er mit ihr anfangen sollte. Dass irgendein großes Geheimnis unter alledem, was ihm in diesem Turme begegnet war, verborgen sein müsse, schien ihm nicht zweifelhaft. Die Worte, welche die kleine Figur in dem wundervollen Buche zu ihm gesprochen hatte, kamen ihm wieder in den Sinn. Sein Glück oder Unglück konnte davon abhängen, wie er sich in diesem Augenblicke benehmen würde. Und diese außerordentlichen Dinge schienen ihn auch zu außerordentlicher Entschlossenheit aufzufordern. Kurz, er rief allen seinen Mut zusammen, tat sich Gewalt an, die Augen auf diese in Blut badende Hand zu heften und »O du unglückliche Hand«, sprach er, »wenn du mich durch irgendein Zeichen von deinem Schicksale benachrichtigen kannst und ich fähig bin, dir zu dienen, so sei gewiss, dass ich ein Herz habe, alles für dich zu tun.« Bei diesen Worten schien die Hand sich auf einmal zu beleben. Sie bewegte ihre Finger und sprach mit ihm durch Zeichen, die er, weil er diese Art von Sprache ehemals gelernt hatte und viele Fertigkeit darin besaß, so gut verstand, als ob jemand in seiner Mutter sprach mit ihm gesprochen hätte. »Wisse«, sagte sie ihm, »dass du alles für denjenigen tun kannst, von welchem die Wut eines Eifersüchtigen mich abgesondert hat. Du siehst in diesem Bilde die Anbetenswürdige, die meines Unglücks Ursache ist. Gehe unverzüglich in die Galerie und gib Acht auf die Stelle, die von den einfallenden Sonnenstrahlen am stärksten vergüldet wird. Dort suche »Und du wirst meinen Schatz finden.« Ehe hörte die Hand aufzureden, wie wohl der Prinz noch verschiedene Fragen an sie tat. Endlich fragte er, wo er sie hintun sollte, und sie antwortete ihm wieder durch Zeichen, er solle sie wieder in den Schrank legen. Er gehorchte, schloss alles wieder zu, verbarg den Kugelzieher in der Mauer, wo er ihn gefunden hatte, und stieg voll Ungeduld nach dem weiteren Erfolg wieder in die Galerie hinab. Bei seinem Eintritt fingen die Fensterscheiben außerordentlich an zu zittern und zu klirren. Er sah umher, um zu bemerken, wohin die Sonnenstrahlen fielen, und sah, dass es auf das Bildnis eines jungen Menschen war, dessen Schönheit und große Mähne ihn ganz bezauberte. Er rückte dieses Gemälde weg und fand nichts als ein Getäfel von Ebenholz mit goldenen Leisten wie an den übrigen Wänden der Galerie. Aber da er seine Fensterscheiben zu Rate zog, sah er, dass es sich aufschieben ließ. Er schob es also auf und befand sich nun am Eingang eines Vorsaals von Porphyr, der mit schönen Bildsäulen geziert war und zu einer breiten Treppe von Agat führte, deren Seitenlehnen mit Gold eingelegt waren. Er stieg hinauf, kam in einen Saal, wo die Wände mit Spiegelhellem Lasur überzogen waren, und aus diesem in eine lange Reihe herrlicher Zimmer, deren immer eines, das andere an Pracht und Glanz und Schönheit der Malereien und Kostbarkeit der Möbelierung übertraf, bis er sich endlich in einem Kabinett befand, wo auf einem prächtigen Ruhebette eine Dame von außerordentlicher Schönheit erblickte, die zu schlafen schien. Indem er so leise als möglich hinzutrat, glaubte er zu sehen, dass sie vollkommen dem Bildnis gleiche, welches ihm die abgehauene Hand gezeigt hatte. Ihr Schlummer schien unruhig zu sein, und ihr reizendes Gesicht schien etwas Schmachtendes und die Spuren eines langwierigen Grams zu verraten. Der Prinz betrachtete sie noch mit großer Aufmerksamkeit und Rührung, indem er, aus Furcht sie aufzuwecken, den Atem zurückhielt. Als sie im Schlafe zu sprechen anfing und diese von Seufzern halberstickten Worte ausbrach, denkst du, Treuloser, dass ich dich jemals lieben könne, nachdem du mich von meinem Alcindor entfernt hast. Du, der vor meinen Augen sich unterstummt, eine so liebe Hand von einem Arme zu trennen, der dir ewig furchtbar bleiben muss. Denkst du mir auf solche Art eine Ehererbietung und Zärtlichkeit zu beweisen? Oh, Alcindor, mein Geliebter, soll ich dich denn niemals wiedersehen? Der Prinz sah mit äußerster Bewegung, wie die Tränen bei diesen Worten unter ihren geschlossenen Augenlidern hervorzudringen suchten, und über ihre blassen Wangen, wie die Tränen der Aurora ansinkenden Lilien herunterrollten. Er stand noch am Fuße des Ruhebettes, ungewiss, ob er sie wecken oder noch länger in einem so traurigen Schlummer lassen sollte, als ihn auf einmal eine liebliche Musik, wie von einer Menge zusammenstimmender Nachtigallen und Distelfinken, Stutzen machte. Und gleich darauf kam ein Adler von ungewöhnlicher Größe herangezogen, der einen goldenen Zweig voller kirschförmiger Rubin in seinen Klauen hielt. Er heftete seine Augen unverwandt auf die schlafende Schöne, als ob er in die Sonne sähe. Dann entfaltete er plötzlich seine Flügel, um mit einer brünstigen Sehnsucht, die in allen seinen Federn und Schwingen zitterte, auf sie zuzufliegen. Aber eine unsichtbare Gewalt schien einen magischen Kreis um sie gezogen zu haben, den er nicht durchdringen konnte. Jetzt betrachtete er den Prinzen mit großer Aufmerksamkeit, näherte sich ihm und gab ihm den goldenen Zweig. In diesem Augenblick erhoben die Vögel, die ihn begleiteten, ein melodisches, aber so durchdringendes Getöne, dass es in allen Gewölben des Palastes wiederhalte. Der Prinz, dessen Verstand nicht müßig war, alle diese Ereignisse miteinander zu vergleichen, schloss daraus, dass diese Dame ohne Zweifel bezaubert und die Ehre, sie zu befreien, ihm vorbehalten sei. Er näherte sich ihr, setzte ein Knie auf den Boden und berührte sie mit dem goldenen Zweige. Alsbald erwachte die schöne Dame, erblickte den entziehenden Adler und rief ihm mit ausgebreiteten Armen nach, bleibe, mein geliebter, bleibe. Aber der königliche Vogel stieß seinen traurigen und durchdringenden Laut aus und flog mit allen seinen befiederten Sängern aus ihrem Gesichter. Die Dame wandte sich sogleich gegen den Prinzen. Verzeihe, sprach sie, dass seine Empfindung, welche stärker ist als ich, der Dankbarkeit zuvor gekommen ist. Ich weiß, was ich dir schuldig bin, du hast mich an das Licht zurückgerufen, das ich seit zweihundert Jahren nicht gesehen habe. Du allein konntest es, und der Zauberer, dessen verhasste Liebe die Ursache alles meines Unglückes ist, vermochte nicht zu verhindern, was das Schicksal durch dich zu bewirken beschlossen hatte. Es steht in meiner Macht, dir meine Dankbarkeit zu beweisen, und ich brenne vor Verlangen, sie auszuüben. Sage mir, was du wünschest, ich bin eine Fee und will meine ganze Macht anwenden, dich glücklich zu machen. Große Frau, antwortete Krummbuckel, wenn eure Wissenschaft bis ins Innere der Herzen eindringen kann, so müsst ihr sehen, dass ich mit allem, was ich mein Unglück nennen muss, weniger zu beklagen bin, als jemand anders. Dies ist eine Wirkung deines guten Verstandes, versetzte die Fee. Aber gleichwohl kann ich den Gedanken nicht ertragen, deine Schuldnerin zu bleiben. Was wünschest du, rede! Ich wünsche euch, den schönen als Hindoor wieder zu geben, sagte der Prinz. Die Fee heftete einen Blick auf ihn, worin Bewunderung und Freundschaft sich auf eine Art ausdrückten, die über alle Worte ist. Ich fühle den Wert dieser Großmut, sprach sie. Aber was du wünschest, muss durch eine andere Person zustande gebracht werden, die dir nicht gleichgültig ist. Dies ist alles, was ich davon sagen kann. Lass mich also nicht länger vergebens bitten. Verlange etwas, das dich selbst angeht. Schöne Fee, antwortete der Prinz, ihr seht, wie mich die Natur misshandelt hat. Zum Spotte nennt man mich Krummbuckel. Ich verlange kein Adonis zu sein, aber wenn ich nur nicht lächerlich aussehe. Du verdienest mehr als dies, sagte die Fee, indem sie ihn dreimal mit dem goldenen Zweige berührte. Gehe und sei so schön von außen, als du es von innen bist. Mit diesen Worten verschwand die Fee aus seinen Augen. Der Palast und alle die Wunderdinge, die der Prinz gesehen hatte, verschwanden mit ihr. Und er befand sich in einem dicken Walde mehr als hundert Meilen von dem Turme, worin ihn der König Runzelwig hatte setzen lassen. Während sich dieses mit dem Prinzen zutrug, gerieten seine Wächter in die entsetzlichste Verlegenheit, wie sie ihn um die Zeit des Abendessens nicht in seinem Zimmer fanden. Sie suchten ihn überall im ganzen Türme und fielen schier in Verzweiflung, da nirgends die geringste Spur, was aus ihm geworden sein könnte, zu sehen war. Dem Könige die Wahrheit von der Sache zu hinterbringen, war keine Möglichkeit. Er würde ihnen nicht geglaubt, sie für Mitschuldige an der Flucht seines Sohnes gehalten und sie dafür auf grausamste Art bestraft haben. Nach langem Beratschlagen fanden sie keine bessere Auskunft, als den Kleinsten aus ihrem Mittel mit einem großen Buckel auszustaffieren, ihn, als ob es der Prinz wäre, bei gezogenen Vorhängen in Krummbuckels Wette zu legen und dem Könige die Nachricht zu bringen, dass sein Sohn sehr unpässlich sei. Dieser Anschlag wurde ungesäumt ins Werk gesetzt. Runzelwig, der sich einbildete, der Prinz stelle sich nur krank, um ihn zu erweichen und seine Freiheit wiederzuerhalten, würdigte die Nachricht von seiner vorgegebenen Krankheit keine Aufmerksamkeit. Je gefährlicher sie die Sache machten, je gleichgültiger zeigte sich der König dabei. Und dies war es eben, was die Hüter gehofft hatten. In mittelst war die Prinzessin Mammott in eine Sänfte bestmöglich eingepackt, am Hofe des König Runzelwigs glücklich angelangt. Der König ging ihr entgegen. Aber wie man sie nicht ohne viele Mühe aus ihrer Maschine herausgehoben hatte und er sie so verwachsen, krüppelhaft und missgeschaffen fand, dass sie kaum einer menschlichen Figur ähnlich sah, konnte er sich nicht entbehren, ihr ein Kompliment zu machen, das für eine Schwiegertochter zum Willkommen eben nicht sehr verbindlich war. Ei, zum Henker, Prinzessin Mammott, sagte er, es steht ihnen auch wohl an, meinen Krummbuckel zu verachten. Ich leugne es nicht, er ist ein hässliches Tier, aber er ist es noch bei weitem nicht so sehr als sie. Gnädiger Herr, antwortete die Prinzessin, ich gefalle mir selbst nicht wohl genug, um über die Unhöflichkeiten, so sie mir sagen, empfindlich zu werden. Indessen weiß ich nicht, ob sie es für ein Mittel halten, mich desto eher zur Liebe ihres reizenden Krummbuckels zu verführen. Aber dieses erkläre ich hiermit, dass ich ihn, ungeachtet meiner armseligen Gestalt, nicht heiraten werde und lieber ewig die Prinzessin Mammott als die Königin Krummbuckel heißen will. Der König Runzelwick entrüstete sich nicht wenig über diese Antwort. Sie irren sich stark, versetzte er, wenn sie damit loszukommen denken, da ich mich einmal in die Sache eingelassen habe, so muss sie zustande kommen, das können sie versichert sein. Ich mute ihnen nicht zu, dass sie meinen Sohn lieben sollen, aber bei Gott, sie sollen ihn heiraten, Prinzessin, und wenn sie an ihm ersticken müssten. Ihr Vater, der über sie zu befehlen hat, hat mir sein Recht abgetreten, indem er sie in meine Hände geliefert hat, und ich werde es gelten zu machen wissen. Es gibt Fälle, erwiderte die Prinzessin, wo uns das Recht zu wählen zusteht. Man hat mich wieder meinen Willen hierher gebracht, und ich werde sie als meinen tödlichen Feind ansehen, wenn sie Gewalt gegen mich gebrauchen. Der König, den diese Rede noch mehr aufbrachte, entfernte sich, ohne ihr weiter zu antworten. Er ließ sie in die Zimmer des Palastes bringen, die er für sie zurecht hatte machen lassen, und gab ihr einige Hofdamen, die den Auftrag hatten, alles zu versuchen, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Diese Damen taten ihr Möglichstes, sich bei ihren Gunst zu setzen. Sie fanden bald Ursache genug, die Prinzessin wegen der Vorzüge ihres Geistes zu bewundern, und ihre ungemeine Leutseligkeit kam ihnen, indem sie sich um ihr Vertrauen bewarben, auf halbem Wege entgegen. Aber sobald sie die Seite, deren Ton der Prinzessin so zu wider war, berühren wollten, höhte ihre Gefälligkeit auf, und sie mussten alle Hoffnung aufgeben, über diesen Punkt etwas bei ihr auszurichten. Bald hernach kamen die Hüter des Prinzen, welchen Bange ward, dass der König ihre List und die Flucht seines Sohnes auf die eine oder andere Art entdecken möchte, und sie kündigten ihm mit großer Bestürzung an, dass er gestorben sei. Runzelwick, so hartherzig er vorher gewesen war, kam bei dieser Nachricht schier von Sinn. Er heulte und tobte wechselweise, und weil er sonst niemand fand, über den er seine Wut mit einigem Schein rechtens hätte auslassen können, so musste es die Prinzess Mammott entgelten, und er ließ sie unverzüglich statt des Verstorbenen in den Turm einsperren. Die arme Prinzessin wusste nicht, wie er geschah, dass sie sich auf einmal so übel behandelt sehen musste. Und da es ihr nicht an Herz fehlte, so sprach sie, wie es ihr zustand, gegen so ein ungebührliches Verfahren. Sie glaubte, man würde es dem Könige hinterbringen, aber es unterstand sich niemand, ihm davon zu sprechen. Sie schrieb auch an ihren Vater, wie übel man mit ihr umginge, und lebte immer in der Hoffnung, dass er bald Mittel finden würde, sie wieder in Freiheit zu setzen. Aber sie hoffte vergebens. Alle ihre Briefe wurden aufgefangen und dem Könige gebracht. Inzwischen suchte sie sich ihre Gefangenschaft so gut sie konnte zu erleichtern und ging alle Tage in die Galerie, um die Gemälde auf den Fensterscheiben zu betrachten. Nichts kam mir sonderbarer vor, als die Menge außerordentlicher Dinge, die sie darauf vorgestellt sah, und dass sie überall sich selbst vorgestellt fand. Es muss, dachte sie, seit ich in diesem Lande bin, die Maler eine seltsame Krankheit überfallen haben, dass sie so viel Vergnügen daran finden, mich zu malen, als ob es sonst keine lächerlichen Figuren gäbe als die meinige. Oder ist ihre Absicht nur, die Schönheit dieser reizenden jungen Schläferin durch den Kontrast noch mehr zu erheben? Gleich darauf fiel ihr auch ein junger Schäfer in die Augen, dessen ungemeine Schönheit sie nicht gleichgültig betrachtete. Wie sehr ist man zu bedauern, sagte sie, wenn man von der Natur so unmütterlich behandelt worden ist wie ich. Wie glücklich müssen sich diese schönen Leute fühlen. Bei diesen Worten traten ihr die Tränen in die Augen. Sie warf einen Blick in einen Spiegel und fand sich so abscheulich, dass sie sich nicht schnell genug wieder umdrehen konnte. In dem sah sie nicht ohne Entsetzen ein kleines altes Weibchen vor sich stehen, die noch weit hässlicher war als sie selbst. Ihre Gestalt und schlechte Kleidung, welche völlig so waren, wie man in den Märchen die Feen zuweilen erscheinen sieht, und diese plötzliche Art auf einmal da zu sein, brachte die Prinzessin so gleich auf die Vermutung, dass sie eines dieser wundervollen Wesen sein müsse. Prinzessin, sprach das alte Mütterchen zu ihr, wie du mich hier siehst, bin ich mächtig genug, dir das zu geben, dessen Ermangelung dir so schmerzlich ist. Welle zwischen Schönheit und Zugend. Willst du schön sein, so sollst du es werden, aber sobald du schön bist, wirst du eitel, einbildisch kokett und noch etwas Ärgers werden. Willst du bleiben, wie du bist, so wirst du gut, verständig und bescheiden bleiben. Wähle! da ist rief die Prinzessin in entschlossenem tone, so will ich ewig hässlich bleiben. Bedenke dich wohl, Mammott, sprach die Fee, ich will dir nichts Unangenehmes sagen, aber es ist doch etwas seltsam, dass jemand lieber Grausen erwecken, als gefallen wollen kann. Lieber alles Unglück in der Welt, erwiderte die Prinzessin, als einen Augenblick aufhören, edel und gut zu sein. Ich hatte bloß für dich meinen weiß und gelben Muff mitgebracht, fuhr die alte fort. Hättest du am gelben Ende hineingeblasen, so würdest du auf der Stelle so schön geworden sein, wie diese Schäferin, die du so sehr bewundert hast. Und du würdest den schönen Hürden, dessen Bild deine Augen mehr als einmal auf sich zog, zum Liebhaber bekommen haben. Hauchest du hingegen am weißen Ende hinein, so wirst du bleiben, wie du bist, aber immer fester auf dem Wege der Zugend fortschreiten, den du schon so mutig betreten hast. Ach, mein liebes Mütterchen, rief Sessin, versagt mir diese Wohltat nicht, sie wird hinglänglich sein, um mich über die Verachtung der Welt hinwegsetzen zu können. Die Fee gab ihr den Muff und Mammoth vergriff sich nicht. Sie hauchte in das weiße Ende und die Fee nahm ihren Muff wieder und verschwand. Wir müssen aufrichtig sein. Es gab Augenblicke, wo die gute Prinzessin nicht ihre Wahl bereute, aber wo sie doch sehr lebhaft den Wert des Opfers fühlte, das sie der Tugend gebracht hatte. Indessen fehlte es ihr auch in solchen Augenblicken nicht an guten Gedanken, die sie nicht nur bald wieder mit sich selbst zufrieden machten, sondern ihre Seele noch mit einem Licht und einem Wombegefühl erfüllten, dass nur das innige Bewusstsein unseres inneren Wertes und, dass wir gedacht und gehandelt haben, wie wir sollen, gewähren kann. Inzwischen hoffte sie noch immer, dass ihre Briefe an ihren Vater nicht ohne Wirkung bleiben und dass er, wenn Runzelwick in Güte nicht zu bewegen wäre, an der Spitze eines Kriegsheeres kommen würde, seine einzige Tochter zu befreien. Sie erwartete diesen Augenblick mit Schmerzen und hätte gar zu gern in das oberste Geschoss des Turmes hinaufsteigen mögen. Aber mit einer Figur wie die ihrige schien es eine völlige Unmöglichkeit. Doch was ist dem Entschlossenen und Geduldigen unmöglich? Genug sie versuchte es und wiewohl sie mehr als zwanzig Mal absetzen und ausruhen musste und beinahe einen halben Tag darüber zubrachte, so erkroch sie doch endlich mit unsäglicher Mühe die oberste Stufe. Ihr erstes war's durchs Fenster ins Feld hinaus zu sehen. Da sie aber immer nichts kommen sah, entfernte sie sich vom Fenster, um ein wenig auszuruhen. Und indem sie sich an die Mauer anlehnte, welche Prinz Krummbuckel aufgerissen und ziemlich schlecht wieder zugeflickt hatte, ging ein Stückchen pflasterlos und der goldene Kugelzieher fiel klingelnd auf den Boden vor sie hin. Sie hob ihn auf und bedachte sich, wozu er wohl dienen könnte. Und da sie an dem Schranke kein Schloss, sondern nur eine Öffnung sahen, welche der Kugelzieher passte, so fiel ihr sogleich ein zu versuchen, ob der Schrank sich nicht mit Hilfe desselben öffnen lassen würde. Es gelang ihr auch, wie wohl mit vieler Mühe, und sie war nicht weniger als der Prinz über all die schönen und seltenen Sachen entzückt, womit die unzähligen Schubladen angefüllt waren. Endlich fand sie auch das goldene Türchen, die Schale von Karfunkel und die im Blut schwimmende Hand. Sie fuhr über ihrem Anblick zusammen und würde das Gefäß vor Entsetzen haben fallen lassen, wenn nicht eine unsichtbare Gewalt sie gehalten hätte. In dem hörte sie eine liebliche Stimme, die zu ihr sagte, Fasse Mut, Prinzessin, Deine Glückseligkeit hängt an diesem Abenteuer. Ach Gott, sprach sie zitternd, was vermag ich zu tun? Du musst, sprach die Stimme, diese Hand mit in dein Zimmer nehmen und sie unter deinem Hauptfühle verbergen. Und wenn du ein Adler an dein Fenster kommen siehst, so öffne ihm das Fenster und gib sie ihm. Es sind wohl wenige Dinge, vor denen die weibliche Natur mit solchem Grauen zurückschaudert, wie vor dem, was die Stimme der Prinzessin zumutete. Das Herz kehrte sich ihr bei den bloßen Gedanken im Leibe um. Aber auf der anderen Seite war es augenscheinlich, dass höhere Mächte hier im Spiele waren. Und sie fühlte sich aufgefordert, in einer so außerordentlichen Angelegenheit auch außerordentlichen Mut zu äußern. Denn ohne Zweifel hing irgendeine große Entwicklung von ihrer Entscheidung in diesem Augenblicke ab. Sie nahm nahm alle ihre Herzhaftigkeit zusammen, ergriff schaudernd die abgehauene Hand, die einem Körper von großer Schönheit und Stärke angehört zu haben schien. Und erstaunte nicht wenig, sie, sobald sie aus dem Gefäße herausgenommen war, so rein zu sehen, als ob sie aus dem weißesten Wachse gebildet wäre. Sie hüllte sie in ein reines Tuch, das sie bei sich hatte und verbarg sie in ihrem Rocke, schob hierauf alle Schubladen wieder hinein, schloss den Schrank zu und verbarg den goldenen Kugelzieher so gut sie konnte, wo sie ihn gefunden hatte. Bald darauf kamen ihre Aufwärterin, die über ihr ungewöhnliches Verschwinden in große Unruhe geraten waren und sie überall im ganzen Türme gesucht hatten, bis es ihnen endlich einfiel, sie unter dem Dache zu suchen. Sie konnten nicht begreifen, wie Mammott ohne ein Wunderwerk habe heraufkommen können und trugen sie wieder herunter, ohne dass ihnen etwas von den außerordentlichen Dingen, die ihr begegnet waren, verraten hätte. Es vergingen zwei Tage, ohne dass sich etwas Ungewöhnliches sehen ließ. Aber in der dritten Nacht hörte sie ein Geräusch an ihren Fenstern. Sie zog ihren Vorhang und erblickte beim Mondschein einen großen Adler, der mit seinen Flügeln an das Fenster schlug. Sie kroch, so gut sie konnte, aus ihrem Bette heraus, rutschte ans Fenster und öffnete es, um den Adler herein zu lassen, der durch das Getöse, so er mit seinen Flügeln machte, ihr seine Freude und Dankbarkeit bezeugen zu wollen schien. Sie säumte nicht, ihm die Hand dazureichen. Er nahm sie in seine Klauen und verschwand. Und weniger Augenblicke darauf sah sie den schönsten Jüngling vor sich stehen, den sie jemals gesehen hatte. Er war von mehr als gewöhnlicher Größe. Seine Gesichtsbildung hatte etwas unbeschreiblich Edles und Anmutsvolles. Ein reiches Diadem funkelte um seine Stirne und in seinem ganzen Ansehen war etwas Blendendes, das ein Wesen von höherer Ordnung anzukünden schien. Prinzessin, sagte er, eine höhere Macht waltet über mein Schicksal wie über das deinige. Sie bedient sich deiner, mich in meinen natürlichen Stand wiederherzustellen. Du hast ein Recht an meine wärmste Dankbarkeit. Bei diesen Worten berührte er die Prinzessin mit dem Bild der Fee, das er in der Hand hatte, und verschwand. In dem nämlichen Augenblicke sang die Prinzessin wie in eine angenehme Ohnmacht. Sie kam aber bald wieder zu sich selbst und war nicht wenig erstaunt, sich, ohne zu wissen, wie es zugegangen, am Ufer eines Bachs, der von Höhen Gebüschen überschattet war, in der anmutigsten Gegend von der Welt zu finden. Aber wie groß war erst ihr Erstaunen, da sie die Veränderung, welche während ihrer kurzen Ohnmacht mit ihrer Person vorgegangen inne wurde und bei einem Blick in das ruhige, spiegelhelle Wasser erkannte, dass sie eben diese Schäferin war, deren Bild auf den Fensterscheiben der Galerie ihr so bezaubernd geschienen hatte. Sie musste aller ihrer Vernunft aufbieten und kaum reichte sie zu, um sich zu überreden, dass ihr selbst noch das Nämliche sei. Bald besorgte sie, den Verstand verloren zu haben, bald, dass alles nur eine Täuschung sei und dass sie unversehens wieder in die vorige Mammott zusammensinken würde. In der Tat hätte die Veränderung, wiewohl sie nur das Äußerliche betraf, nicht wohl größer sein können, denn aus der elendsten und grauenhaftesten Menschenfigur, die jemals gewesen war, sah sie sich in die schönste, liebreizendste Person verwandelt. Ihr Wuchs hätte zu einer Diane oder Aurore und ihre Gesichtsbildung und jugendliche Blüte zu einer Hebe oder Psyche das Modell abgeben können. Sie trug, wie die Schäferin, von welcher sie nun das Original war, einen weißen, mit feinsten spitzen garnierten Anzug. Ein Gürtel von kleinen Rosen und Jasmin, die feinste Schmelzarbeit hielt ihr Gewand um die schmalen Weichen zusammen und ihre schönen halb aufgebundenen Haare waren mit frischen Blumen durchwunden. Zierliche Halbstiefel von weißem Leder bekleideten den schönsten Fuß, der jemals den Samt eines kurzbewachsenen Grasbodens betreten hatte. Sie fand einen vergoldeten Schäferstab und einen mit Bändern und Blumen gezierten Hut neben sich im Grase, nebst einer Herde Schafe, die längst dem Ufer weideten und auf ihre Stimme ebenso folksam hörten, als der neben ihnen wachende Hund, der sie zu kennen schien und ihr lieb koste. Welch eine wundervolle Verwandlung und wie viele Betrachtungen hatte sie darüber anzustellen. Vorher war sie das hässlichste aller Geschöpfe gewesen, aber eine Prinzessin. Jetzt das schönste Mädchen, das die Sonne jemals beschienen hatte, aber dafür auch nichts als eine Schäferin. Hatte sie beim Tausche gewonnen oder verloren? Gewonnen ohne allen Zweifel! Wenigstens sagte sie es sich selbst mit der lebhaftesten Freude. Aber es gab doch auch Augenblicke, wo ihr der Verlust ihres hohen Rangs nicht ganz gleichgültig war. Da die Sonne noch sehr hoch stand und nur schwache Lüftchen, die unter dem Laubgewölbe, wo sie sich befand, zu wohnen schienen, die Hitze des Tages milderten, so schlummerte sie unter diesen Betrachtungen unvermerkt ein. Und wir benutzen diese Gelegenheit, um zu sehen, was indessen aus dem Prinzen Alasin, wie wir ihn künftig nennen wollen, geworden ist. Wir verließen ihn bei der Verschwindung der Fee und des Zauberpalastes, wo ihm so wunderbare Dinge begegnet waren. Hundert Meilen von seinem Turme in einem ihm unbekannten Walde, wo er, sobald er zu sich selbst kommen konnte, über die Verwandlung, die ihm vorgegangen war, nicht weniger, als die Prinzessin Mammott über die Irige in die angenehmste Bestürzung geriet. Die Veränderung, welche das Berühren mit dem goldenen Zweige in seiner Figur hervorgebracht hatte, war so groß, dass Alasin den vormaligen Krummbuckel gar nicht mehr erkannte. Es brauchte einige Zeit, bis er das fortdauernde Gefühl, dass er die nämliche Person sei, die er kaum gewesen war, mit seiner jetzigen Gestalt, die ein ganz neues Wesen aus ihm zu machen schien, in den gehörigen Einklang bringen konnte. Er kam inzwischen unvermerkt an einen von hohen Erlen beschatteten Teich, wo sein Erstaunen aufs Höchste stieg, indem er die Entdeckung machte, dass er Zug vor Zug dem schönen Schäfer glich, den er so vielmals, nicht ohne eine schmerzliche Vergleichung mit seiner damaligen Missgestalt, auf den bemalten Fensterscheiben betrachtet hatte. Die Ähnlichkeit erstreckte sich bis auf die Kleidung. Auch fand sich, damit ihm nichts zu einem Schäfer nach der Weise der Estreia oder der Hirten des gestnerischen Arkadiens abginge, unvermerkt eine Herde schöner Schafe bei ihm ein, die ihn für ihren Herrn und Führer erkannte. Sogar für eine Hütte hatte die dankbare Fee gesorgt. Alasin fand sie mit allem Zugehör einer schäferischen Haushaltung am Ende des Waldes in einem anmutigen Tale, durch welches sich ein Bach schlängelte, an dessen Ufern zu beiden Seiten hier und da verschiedene Schäferwohnungen zwischen fruchtbaren Bäumen oder aus halbverdeckten Gebüschen hervorragten. Das süße Gefühl der Freiheit und das Vergnügen eines verhassten Namens mit einer noch verhassteren Gestalt los zu sein, ließ ihn eine gute Weile nicht daran denken, dass er mit dieser Figur und diesem Rahmen auch sein Königreich verloren hatte und dass der Sohn und Erbe eines Königs sich nun gefallen lassen musste, seinem Zepter nichts als eine Herde Schafe und einen getreuen Hülers untertan zu sehen. Aber endlich dachte er doch daran. Und seine Betrachtungen darüber würden vielleicht nicht die angenehmsten gewesen sein, wenn sein guter Verstand ihn nicht fähig gemacht hätte, sich seinem Schicksale mit guter Art zu unterwerfen, zumal, da aus allem, was ihm begegnet war, augenscheinlich erkennen musste, dass es von einer wohltätigen Macht geleitet werde. Alasin hatte schon einige Zeit in diesem Hürdenlande gelebt, wo ihm seine Gestalt und sein gefälliges Betragen in wenigen Tagen die Herzen der rohen, aber gutartigen Einwohner gewonnen hatte. Als ihn einen Geheimatzug, den er für Zufall hielt, an den Ort führte, wo die schöne Schäferin schlummerte. Kaum war nahe genug hingetreten, um sie genau zu betrachten. Himmel, wie wurde ihm zumute, da das Original eben dieser reizenden Schäferin in ihr erkannte, die er auf den Fensterscheiben der Galerie so vielmals abgebildet gefunden und niemals ohne die zärtlichste Regung hatte ansehen können. Er würde, wofern er sich nicht gleich an einen Baum angehalten hätte, von der heftigen Wirkung, die diese Überraschung auf sein ganzes Wesen machte, der Länge nach hingestürzt seien. Aber er holte sich bald wieder, um sie aufs Neue anzuschauen. Oder vielmehr, das unbeschreibliche Vergnügen, das das beim anschauen eines so vollkommenen Gegenstandes empfand, war die beste Stärkung seiner vom ersten Anblick betäubten Sinne. Er ließ sich vor ihr auf die Knie nieder. Sein Auge, sein Herz, sein ganzes Wesen schienen eine einzige, von ihr ausgefüllte Empfindung zusammengezogen. Und er würde bis in die Nacht in diesem wonnevollen Anschauen unverwandt beharret haben, wenn sie nicht von selbst erwachet wäre. Klare Monde, denn wir werden ihr nun wie billig ihren eigenen Namen wiedergeben, hatte kaum die Augen aufgeschlagen, als sie in dem schönen Schäfer, den sie in der ehrbietigsten Stellung vor sich knien sah, eben denjenigen erkannte, dessen Bild ihr in Galerie öfters vorgekommen war. Dieser Umstand, der ihn gewissermaßen zu einer alten Bekanntschaft machte, mildete bei ihr die Verlegenheit, in welcher sie sich befunden hätte, wenn ihr ganz fremd gewesen wäre. Ihre Augen waren schon mit seiner Schönheit bekannt, und ihr Herz, an eine gewisse zärtliche Regung bei seinem Anblick ebenso gewöhnt, war bereits zu sehr dazu gestimmt, gut von ihm zu denken, als dass es ihr hätte einfallen können, einiges Misstrauen in ihn zu setzen. Zwei so vollkommene Personen, wie sie beide waren, und deren Inneres so schön und rein zusammengestimmt ist, können können einander nicht ansehen, ohne dass jedes das andere seiner würdig finde. Sie verstehen einander in der ersten Minute besser, als gemeine Menschen nach einem jahrelangen Umgang. Das Erste, was sie füreinander fühlen, ist Wohlwollen. Und dieses Wohlwollen ist Freundschaft. Und diese Freundschaft ist bei einem Jungschäfer und einer Jungschäferin Liebe. Hierzu kommt noch, dass Claremonde mit ihrer Verwandlung aus einem missgeschaffenen Murmeltierin das schönste aller Mädchen zugleich aus einer Prinzessin in eine Schäferin verwandelt war. Zwar nicht so, dass sie die Erinnerung an ihre Geburt und an die Vorrechte ihres vorigen Standes ganz darüber verloren hätte, aber bei einer Person von ihrem Geiste und Herzen mussten diese Vorrechte in ihrem neuen Stande viel von ihrem anscheinenden Werte verlieren. Der Rang einer Prinzessin hatte seine Ungemächlichkeiten, der Niedere Stand einer Schäferin seine Vorteile. Überdies, was für Ursache hätte die Schäferin Klaremunda haben können, ihren ehemaligen Stand noch immer geltend machen zu wollen. Was für Hoffnung konnte sie sich machen, wofern sie auch den Weg in die Staaten ihres Vaters gefunden hätte, jemals für die Prinzessin Mammoth erkannt zu werden. Sie hätte die Geschichte ihrer Umgestaltung noch so lebhaft erzählen mögen. Wer würde sie geglaubt haben? Mit dem schönen Alasin hatte es vollkommen die nämliche Bewandtnis. Und Klaremunde und Alasin zeigten bei aller Verwunderung, womit sie einander in der ersten Überraschung ansahen, ein Zutrauen gegeneinander, welches uns zu beweisen scheint, dass ihre Herzen schon einverstanden waren, ehe sie Zeit hatten, sich gegeneinander zu erklären. Ist's möglich, rief Alasin, sind sie es selbst? Eben, diese Frage schwebt auch auf meinen Lippen, sagte Klaremunde. Es sind nur wenige Wochen, seit ich ihr Bild auf den gemalten Glasscheiben meines alten Turmes gesehen habe, worin ich gefangen gehalten wurde. sagte der schöne Schäfer. Es sind nur wenige Stunden, seit mir eben das mit dem ihrigen geschehen ist, sprach die schöne Schäferin. Meine Geschichte ist seltsam, sie würden sie unglaublich finden, wenn ich sie ihnen erzählte, sagte der Schäfer. Eben das würde ihnen mit der meinigen begegnen, sagte die Schäferin. Ich wurde von meinem Vater in einen alten Turm gesperrt, weil ich eine gewisse Prinzessin nicht heiraten wollte, die selbst in ihren Bildnisse, wie wohl ihr der Maler unfehlbar geschmeichelt hatte, so hässlich aussah, dass es keine Möglichkeit war, sie zu heiraten. Und ich wurde von meinem Schwiegervater eingesperrt, weil ich nicht die Gemahlin seines Sohnes werden wollte, den ich zwar selbst nie gesehen habe, aber von dessen bloßen Bildnis das Herz sich mir im Leib umkehrte. Ich war damals nicht, was ich jetzt bin, fuhr der Schäfer fort. Und wie hässlich auch derjenige sein mochte, den man ihnen zum Gemahl aufdringen wollte, so konnte es doch gewiss nicht mehr sein als ich. Ich war damals auch nicht, was ich jetzt zu scheinen mag, versetzte die Schäferin. Aufrichtig zu reden, meine Figur war so krüppelhaft, dass mich niemand ohne Jammer ansehen konnte, und doch so lächerlich dabei, dass man sich in die Lippen beißen musste, um mir nicht ins Gesicht zu lachen. Man nannte mich aus Verspottung Krummbuckel, sagte der Schäfer, und mich aus eben der Ursache Mammott, sagte die Schäferin. Himmel, riefen beide zu gleicher Zeit, so sind wir ja eben die, die man zwingen wollte, einander zu heiraten. Wie unglücklich, fuhr der schöne Schäfer fort, dass die wundertätigen Mächte, deren Werk unsere Verwandlung ist, es nicht einige Wochen früher vorgenommen haben. Oder dass sie uns nicht ließen, wo sie uns fanden, setzte die schöne Schäferin hinzu. Doch nein, nicht wirklich, sagte jener, wenn meine liebenswürdige Schäferin von den Empfindungen gerührt werden könnte, die mir Bildnis beim ersten Anblick einflößte. Claremonda errötete und schlug die Augen nieder. Und Alasin war so bescheiden, auf keine deutlichere Antwort zu dringen. Sie erzählten einander darauf ihre Begebenheiten mit allen Umständen. Und wie wohl der schöne Schäfer ein zu zartes Gefühl hatte, um die schon einmal berührte Seite sobald wieder anzuschlagen, so schienen doch beide in dem Gedanken, was sie einander sein könnten, überflüssige Ursache zu finden, mit ihrem Schicksale zufrieden zu sein. Wie es gegen Abend ging, ersuchte Claremunde ihren neuen Freund, der in dieser Gegend schon wohl bekannt war, sie zu einer anständigen Person ihres Geschlechtes zu führen, unter deren Aufsicht sie leben könnte, da es für eine junge Person in ihrer Lage doch nicht wohl schicklich wäre, unter einem unbekannten Volke ganz allein zu wohnen. Er führte sie in eine der geräumigsten und reinlichsten Hütten dieses Tales, wo sie auf seine Empfehlung von einem guten alten Mütterchen aufs freundlichste Empfang und bewirtet wurde. Sie brauchte nur sehr wenig Zeit, um das ganze Herz der Alten zu gewinnen, die sich nicht wenig darauf zugut tat, eine so liebenswürdige Pflegetochter zu bekommen. Dass der Prinz Schäfer und die Prinzessin Schäferin von dieser Zeit an die Nacht ausgenommen, sich selten lange voneinander trennten, ist leicht zu erraten. Verschiedene Wochen kamen ihn auf diese Weise wie einzelne Tage vorüber. Aber da sie einander auch alle Tage lieber wurden, so gerieten sie zuletzt ganz natürlich auf die Frage, was das Schicksal wohl über sie beschlossen haben möchte. Und diese Frage schien sich aus dem Wege, den es mit ihnen gegangen, von selbst auf eine sehr entscheidende Art zu beantworten. Der Rückweg in ihren angeborenen Stand schien auf immer abgeschnitten zu sein, und ihr neuer, niedriger, der weltverborgener, aber glücklicher Zustand bekam alle Tage neuen Reiz für sie. Ohne Zweifel hatte das Schicksal ihre Vereinigung beschlossen, die in ihren vormaligen Umständen unmöglich gewesen war, oder, wenn sie endlich auch erzwungen geworden wäre, ihr beiderseitiges Elend nur vergrößert hätte. Kurz, sie mochten sich als Königskinder oder als Hirten betrachten. So stand dem, was nun der einzige Wunsch ihrer Herzen war, nichts im Wege. Sie vereinigten sich also. Der Tag ihrer Vermählung war ein Fest für dieses ganze Hirtenland. Alasin hatte sich, da er noch der Prinz Krummbuckel hieß, mit besonderem Fleiße auf verschiedene Teile der Naturwissenschaft gelegt. In seinem Hirtenstande machte er die Zucht der essbaren und heilsamen Pflanzen und der fruchtbaren Bäume zu seiner Hauptbeschäftigung und er wurde dem Hirtenvolke dadurch auf mehr als eine Art nützlich. Die schöne Claremonde lehrte die jungen Schäferin die Pflege der Seidenwürmer und die Zubereitung ihres kostbaren Gespinstes. Beide trugen nicht wenig dazu bei, das Leben dieser gutartigen Naturmenschen zu verschönern und ihren Wohlstand zu vermehren, ohne die Unschuld ihrer Sitten zu verderben. Eine Reihe schöner Kinder, wie sie von solchen Eltern kommen mussten, vervielfältigten die Arbeit und die süßen Sorgen ihres häuslichen Standes, indem sie ihre Glückseligkeit vollkommen machten. Das war das Märchen vom goldenen Zweig. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut. Schlaf